Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie cool es wäre, Ihr eigenes Online-Geschäft zu besitzen? Produkte oder Dienstleistungen an Kunden im ganzen Land oder auf der gesamten Welt zu verkaufen? E-Commerce kann manchmal wie ein überfüllter Markt erscheinen, doch es handelt sich um ein wachsendes Feld mit jährlich zunehmendem Anteil am globalen Konsum. Machen Sie sich also keine Sorgen. Es ist nie zu spät, um mit einzusteigen. Ihr eigenes Online-Geschäft zu eröffnen ist tatsächlich viel einfacher als auf dem herkömmlichen Offline-Weg. Vergessen Sie nicht, dass das Internet Sie in Hinsicht auf Ihre Lage nicht einschränkt. So könnten Sie beispielsweise in einer Region leben, in der Wein hergestellt wird. Und diesen delikaten Wein wollen Sie an andere verkaufen. Auf traditionellem Weg mit Hilfe eines regionalen Geschäfts wäre das aufgrund des starken lokalen Wettbewerbs sehr schwierig. Eine eigene E-Commerce-Webseite wäre dagegen ein Game Changer, der Ihnen ermöglichen würde, dorthin zu verkaufen, wohin Sie wollen. Und das ist ein großer Unterschied. Plötzlich hat Ihr Geschäft viele andere Vorteile, wie Online-Marketing-Tools, soziale Medien, personalisierte Deals und Angebote, Öffnungszeiten rund um die Uhr, Diskretion und Privatsphäre, einen breiteren Kundenstamm und vieles mehr. Doch egal, was Sie verkaufen wollen, eines bleibt von größter Wichtigkeit. Und das ist Ihr Online-Geschäft selbst. Aber keine Sorge, denn hier kommen wir ins Spiel. Ein erfolgreiches Online-Geschäft muss sich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Der Grund, wieso wir daran glauben, dass all unsere Geschäfte besser sind, ist, dass alle von Ihnen die folgenden sieben Schlüsselelemente respektieren. Nummer 1. Ausführliche Analyse. Jedes erfolgreiche Projekt beginnt mit einigen Fragen. Zur Zielgruppe, Ihren Spezifizierungen und wie man sie erreicht. Nummer 2. Gutes Design. Zu viele Designer konzentrieren sich lediglich auf die Homepage. Ja, die Homepage ist wichtig, doch die meisten Kunden gelangen durch Suchmaschinen direkt zu ihren Produkten. Wir legen daher großen Wert auf die Produktbeschreibungsseiten, Call-to-Action-Buttons und die Seitennavigation. Nummer 3. Search Engine Optimization. Inhalte sind das Wichtigste im E-Commerce-Geschäft. Wichtiger als irgendwo sonst. Es ist jedoch nur möglich, das gesamte Potenzial Ihrer Seite auszunutzen, wenn es richtig für Suchmaschinen optimiert ist. Kein Problem. Überlassen Sie dies einfach uns. Nummer 4. Social Media Integration. Nur ein Beispiel, um Ihnen eine grundlegende Idee zu verschaffen. Geben Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, Ihre Käufe mit Ihren Freunden in den sozialen Netzwerken zu teilen. Und sehen Sie zu, wie die Anzahl Ihrer Verkäufe und neuer Kunden in die Höhe steigt. Nummer 5. Verlässliche Suchmaschine. Das Schlimmste ist, wenn ein Kunde nach etwas sucht, das Sie verkaufen, er Sie aber nicht finden kann. Doch kein Problem. Das wird mit unseren Geschäften nie passieren. Denn wir achten sehr auf die Suchmaschinen-Funktionalität. Nummer 6. Mobile Version. Die Anzahl an Produkten, die über mobile Geräte gekauft werden, steigt jährlich. Unsere Geschäfte sind daher auch für mobile Geräte geeignet. Nummer 7. Sicherheit. Hierbei handelt es sich um eine unserer größten Prioritäten. Wir achten sehr darauf, dass persönliche Daten richtig behandelt werden. Eine sichere Speicherung der Daten ist für das Vertrauen in Ihr Geschäft von größter Wichtigkeit. Aus diesem Grund verwenden all unsere E-Commerce-Seiten hochqualitative Sicherheitstechnologien. Ein Online-Geschäft muss nicht kompliziert sein, sofern Sie es in die Hände von Profis übergeben. Und natürlich meine ich damit unsere Hände. Machen Sie noch heute den ersten Schritt auf dem Weg zu Ihrem Online-Geschäft und kontaktieren Sie uns.